In London erreichen wir dazu jetzt ZDF-Korrespondent Wolf Christian Ullrich. Grüße Sie in die britische Hauptstadt, Herr Ullrich. Okay, Sie hören mich. Grüße Sie. Herr Ullrich, die Proteste, wenn wir da beginnen, warum sind die Unruhen derartig aus dem Ruder gelaufen, aus deutscher Perspektive beobachtet? Es liegt wohl vor allen Dingen an den sozialen Medien. Wir müssen uns nochmal die Situation vom vergangenen Montag in Erinnerung rufen, als über die Nachrichtenkanäle ging, dass da ein schreckliches Verbrechen in Southport passiert ist. Jemand, der mit dem Messer auf kleine Mädchen losgegangen ist, bei einem Ferientanzkurs. Drei Mädchen sind dabei, ums Leben gekommen. Weitere acht Menschen sehr, sehr schwer verletzt worden. Weil der Täter, das wussten wir zu dem Zeitpunkt, 17 Jahre alt war, gab die Justiz keine weiteren Informationen raus. Wer aber schnell war, waren rechte Stimmungsmacher in den sozialen Medien, die mit Falschinformationen, mit Desinformationen sofort zur Stelle waren, behaupteten, es handele sich um einen Muslim, obwohl wir das bis heute nicht bestätigt haben. Behaupteten, er wäre ein illegaler Einwanderer, obwohl das offensichtlich nicht stimmt. Der junge Mann war in Cardiff geboren. Behaupten viele andere Dinge. Und das hat sofort zu einer Welle der Empörung geführt, die sich dann über die vergangenen Tage in Gewalt geäußert hat, in so vielen Städten. Sie haben ja die Bilder gerade auch gezeigt. Sowohl die Innenministerin Kuper als auch Premierminister Kies Dahmer haben diesen Zusammenhang auch noch mal herausgestellt, haben gesagt, auch die Unternehmer, so hat es Kies Dahmer gesagt, er adressiere direkt die Social-Media-Unternehmer, hätten hier eine Verantwortung. Das Recht gelte nicht nur im Land, sondern gelte eben auch in den sozialen Medien. Diese Unternehmen seien mit in der Verantwortung. Das hört man hier immer wieder für die Ausschreitungen, die dann eben daraus passiert sind. Denn die Mobilisierung im Netz war wahnsinnig schnell, war umfassend und hat ja auch für viele Städte, wie wir das jetzt auch in den Filmen gesehen haben, funktioniert. Reden wir, Herr Ullrich, noch ein bisschen exakter über diese Randalierer. Protest ist ja das eine, aber sozusagen Gewalt dann das andere. Da ist der Begriff von der English Defence League im Raum. Wer steht dahinter? Die IDL, wie sie abgekürzt ist, ist eine Organisation, die es seit vielen, vielen Jahren gibt, die vor allen Dingen islamfeindlich ist. Und da sind wir wieder bei den Anfangs-Falschinformationen vom Beginn der vergangenen Woche, dass es sich um einen Islamisten handelt oder jemanden, der den muslimischen Glauben angehängt, was einfach nicht stimmt. Daher kommt das aber. Sie sind eine Gruppe, die mit vielen Neonazis, Hooligans in enger Verbindung stand. Man ging in der Vergangenheit vor einigen Jahren davor aus, dass sich die Gruppe organisatorisch aufgelöst hat. Sie lebt aber im Netz als Netzgemeinschaft fort und hat ein hohes Mobilisierungspotenzial, das wir ja jetzt auch gesehen haben. Kopf der Verbindung ist jemand, der sich Tommy Robinson nennt, aber der eigentlich Stephen Lennon heißt, der sich im Moment, so sagt er, im Urlaub befindet, nämlich in Zypern, der aber einen Haftbefehl hat hier in Großbritannien wegen diverser Vergehen, der sich dem also im Moment, ich will nicht sagen entzieht, aber der jedenfalls nicht hier ist, um festgenommen zu werden und der auch von Beginn an mit im Netz Stimmung gemacht hat. Er ist derjenige, der sich auch heute mit zu Wort melden wird. Das hören wir aus Larnaka, mal sehen, was er zu sagen hat, aber er ist eben einer dieser Köpfe, die online noch sehr aktiv sind und eben in der Lage sind, viele Leute zu mobilisieren, die dann hingehen zu solchen Orten, wie beispielsweise gestern das Asylbewerberheim, dieses Hotel und dann da nicht nur Krawall zu machen, sondern tätlich zu werden, Dinge anzuzünden und Angst und Schrecken zu verbreiten. Wolf-Christian Ullrich, uns bleibt noch Gelegenheit für eine letzte Einschätzung. Reden wir ganz allgemein über Kommunikation. Es fällt auf, eine Woche nach diesem Attentat eine relativ defensive Kommunikation der Behörden zu Täter und Umständen und zweitens der Premier einen Monat im Amt mit einer Rede nach ein paar Tagen. Aber die Frage ist, wie geht er um und wie gehen die alle um mit dieser Herausforderung, die da drin steckt? Die Kommunikation hängt ja klar damit zusammen, dass der Täter bis kommende Woche 17 Jahre noch ist und deswegen striktere Regeln gelten bei einem Jugendlichen, der von der Polizei verfolgt wird. Und das heißt eben auch, dass weniger Informationen nach außen gegeben werden. Und damit muss man im Rechtsstaat dann eben umgehen. Das befriedigt natürlich nicht das Bedürfnis nach schnellen Antworten und schneller Vorverurteilung. Aber so ist das eben. Das versuchten auch die Innenministerin und Premierminister Stahmer noch mal herauszustellen. Aber Sie haben völlig recht. Die Frage ist, welche Figur macht Stahmer in diesem Moment? Er ist ja ehemaliger Staatsanwalt. Er wollte zeigen, dass die Polizei hier durchgreift am Wochenende. Staatsanwälte und Richter zur Verfügung stehen für schnelle Verfahren. Soweit wir das jetzt wissen, ist es bisher bei Rhetorik geblieben. Wir haben Festnahmen. Aber das wäre jetzt die Chance eben gewesen zu zeigen, dass diese Täter eine schnelle Justiz bekommen und schnell verurteilt werden und der Rechtsstaat eben zeigen kann, dass er funktioniert. Stahmer hat man zwischen Donnerstag und Sonntag nicht gesehen, sondern nur die Innenministerin. Heute nun treffen heute früh der des Krisenstabs in Downing Street, unweit von uns. Stahmer muss zeigen, dass er als ehemaliger Staatsanwalt jetzt nicht nur redet, sondern auch für Rechtsstaatlichkeit in diesem Land sorgt, in dieser Situation eben dafür sorgt, dass die Polizei die Kräfte hat, die sie braucht, um mit dieser Situation umzugehen, sodass diese Krawalle aufhören. Und es sind ja schon wieder für Mittwoch neue Krawalle angekündigt, die sich dann gegen Einwanderungshilfsbüros und Einwanderungsrechtsanwälte wenden sollen. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und es ist in der Tat eine echte Bewährungsprobe für die neue Regierungsdame. Das verlangt Führung und Kommunikation. Vielen Dank, dass Sie die Hintergründe für uns erklärt haben. ZDF-Korrespondent Wolf-Christian Ullrich in Berlin. Herzlichen Dank. In London, verzeihung. Herzlichen Dank. Sehr gerne.